Lieber Peter, heute ist ein ganz besonderer Tag, nämlich Dein 70. Geburtstag. Ein ganz besonderer Tag. Schau doch mal, wer Dir zu diesem besonderen Wegenfeste alles gratulieren möchte. Viel Spaß beim Zuschauen. Ein zeitloses Design, robustes Material und eine hohe Langlebigkeit. Bei Ihnen hat der Schöpfer gezeigt, dass er auf Wertarbeit selbst größten Wert liegt. Lieber Herr Peter Weber, ich darf Ihnen ganz herzlich zu Ihrem 70. Geburtstag im Namen der gesamten AfD-Fraktion hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen gratulieren und hoffe, dass ich noch viele, viele weitere so erfolgreiche Jahre bei Ihnen anschließen will. Lieber Herr Weber, alles erdenkliche Gute zum Geburtstag. Wenn es Sie und Hallo-Meinung nicht gäbe, müsste man Sie glatt erfinden. Dankeschön. Danke für Ihre Arbeit. Danke, dass es Sie gibt. Lieber Herr Weber, zu Ihrem runden Geburtstag alles, alles Gute und vor allem tausend Dank für die großartige Arbeit, die Sie leisten. Sie helfen damit der ganzen Opposition, der außerparlamentarischen Opposition, uns im Bundestag und dem ganzen Land. Machen Sie weiter so. Und nochmals alles, alles Gute. Ja, lieber Herr Weber, lieber Peter Weber, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wusste gar nicht, dass Sie schon 50 jetzt werden. Auf jeden Fall runder Geburtstag. Tolle Sache. Und Ihre Schaffenskraft ist immer wieder beeindruckend. Und wir brauchen Sie. Wir brauchen Sie mit Ihrer Arbeit. Sie sind belebend in der deutschen Medienlandschaft. Sie sorgen dafür, dass andere Stimmen zu Wort kommen. Ich wünsche Ihnen viele, viele gute Jahre. Und bleiben Sie bei dem Kurs, den Sie eingeschlagen haben, diesem offenen Kurs und kritischen Kurs. Unser Land braucht das. Unsere Demokratie braucht Menschen wie Sie. Alles Gute. Lieber Herr Weber, Sie haben runden Geburtstag. Und das ist wirklich ein toller Anlass, Ihnen heute ganz, ganz herzlich zu diesem runden Geburtstag zu gratulieren. Alles Gute, herzliche Glückwünsche zum Geburtstag und lassen Sie sich feiern. Und vielen Dank für Ihren Mut und Ihre Einsatzbereitschaft für unsere Heimat. Bis bald. Lieber Peter Weber, hier aus der herrlichen Dortmunder Nordstadt sende ich Ihnen meine besten Glückwünsche zum 50. Geburtstag. Alles... Wieso Schnitt? Ja, wirklich 50, sondern 70. Nein, das ist wirklich so. Hier, zeig Sie mal. Doch, doch, hier. Nochmal. Ja. Lieber Peter Weber, hier aus der herrlichen Dortmunder Nordstadt sende ich Ihnen meine besten Glückwünsche zum 70. Geburtstag. Kann ich gar nicht glauben, aber wurde mir gerade gesagt zum 70. Geburtstag. Machen Sie so weiter. Sie sind eine ganz wichtige Persönlichkeit und ich freue mich immer wieder darauf, uns zu sehen. Entweder per Zoom oder live. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und feiern Sie schön. Ja, hallo lieber Peter. Also insofern sage ich mal mit dem Lateine ad multus annus auch viele weitere Jahre noch. Alles Gute, Peter. Lieber Peter, auch von mir auf diesem Wege alles, alles Liebe zu deinem heutigen Geburtstag. Mögest du einen wundervollen Tag im Kreise deiner Leben haben. Möge dich Gesundheit, Liebe und Glück begleiten. Möge sich das Leben so weiterentwickeln, wie du es dir erhoffst. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Genieße den Tag im Kreise deiner Leben und danach geht es weiter in alte Frische. Aber denke daran, mit 70 hat man auch das Recht, einfach mal zu sagen, heute lasse ich es gut sein und ich tue die Dinge, die für mich wichtig sind mit meinen Lieben. Also, pass auf dich auf, lass es dir gut gehen und hab einen wunderschönen Geburtstag. Happy Birthday und Cheers auf das Leben. Ja, lieber Peter, heute mal ohne dich, aber von ganzem Herzen, am 15. Juni wirst du 70. Alles Liebe, alles Gute zu deinem Ehrentag. Bleib so, wie du bist. Übrigens, mein Team hat gesagt, so sieht der ja gar nicht aus. Stimmt, Arbeit hält jung und du machst gute Arbeit. Deswegen, bleib so. Und was ich dir und deiner Familie natürlich an so einem Tag wünsche, weil ich denke, du hast alles. Ich kenne dich. Viel, viel Gesundheit. Bleib so motiviert, wie du bist, so aufmerksam und unterstütz weiter die Menschen, die mit klarem Kopf, wachem Kopf und offenen Augen durchs Leben gehen. Ich freue mich, dass ich dich kennenlernen durfte, dass wir jetzt seit drei Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten, was ich gerne tue. Und verbringe den Tag mit deinen Lieben. Feier, genieße es und ich hoffe, wir kommen dann auch mal dazu, miteinander anzustoßen. Du hörst, hier draußen wird auch gehupt, hier ist wohl eine Hochzeit. Also, alles Gute, dein Kai. Hallo Peter, alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. 70 Jahre schon, welch Wonne. Und ich wünsche dir zum Feste viel Liebe und viel Sonne. Alles Gute und das Beste. Auf dem Papier gehörst du zu den Alten. Deine Jugend bleibt uns noch erhalten. Du lachst und strahlst mit Lebensfreude. Drum feiern wir deinen 70. heute. Lass es dir gut gehen, lass dich reichlich beschenken und bleib gesund und munter. Bis dann. Ciao. Lieber Herr Weber, heute an Ihrem 70. Lebensjahr und Geburtstag wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute und alles Glück dieser Erde. Und gerade Sie haben es verdient. Sie haben es verdient, weil Sie so einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung leisten und das völlig selbstlos. Feiern Sie also heute im Kreise Ihrer Liegen. Lassen Sie sich vor allem schön feiern. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Ihre Angie Seliza Harriers. Hallo Peter. Auch aus Dresden von mir. Alles, alles erdenklich Gute zum Geburtstag. Und das Übliche. Nein. Ich bin auch mal ein bisschen ehrlicher. Gönn dir die Tage mal zu deinem Wiegenfest. Eine kleine Auszeit. Genieße das Leben. Die Familie. Die Menschen da draußen wissen, dass du da bist. Die Menschen da draußen wissen, dass du kämpfst. Und die Menschen da draußen wissen, dass du dich nicht verbiegen lässt. Mach weiter so. Und wenn irgendwas sein sollte, ruf mich nicht an. Lieber Peter Weber, alles erdenklich Gute zum 70. Geburtstag. Bleiben Sie, wie Sie sind. Aufrecht, geradlinig, mutig. Deutschland braucht Menschen wie Sie in diesen Zeiten nötiger denn je. Ihr Projekt Hallo Meinung ist für unsere Demokratie nahezu unersetzlich. Denn in Zeiten, in denen die Mainstream-Medien die Bürger mehr indoktrinieren als informieren, braucht es dringend eine objektive politische Berichterstatterplattform. Und die bieten Sie mit Hallo Meinung herzlichen Dank dafür. Und noch viele, viele Jahre mit diesem positiven politischen Wirken für unser Land. Hallo Herr Weber, sehr herzlichen Glückwunsch aus Berlin zu Ihrem 70. Geburtstag. Machen Sie weiter so. Sie sind eine ganz wichtige Stimme in diesem Tal der Wahnsinnigen. Eine Stimme der Vernunft. Alles Gute. Lieber Peter Weber, alles Gute zum Geburtstag. Freut mich. Sie sind ja auch in Zwillingen wie ich. Ich habe am 10. Juni Sie am 15. Freut mich, dass wir so viel gemeinsam haben. Auch die Liebe zum alten Kanal. Ich dachte mir, ich mache mal ein ganz spezielles Video, weil ich gerade zwischendurch mal einen Tag hier in Bayern war, auch hier am Kanal. Und zeige Ihnen mal ein Stück vom Kanal, wo man nicht nur den Kanal sehen kann, sondern auch einen wirklich weiten Ausblick ins Land hat. Ja, das freut mich, dass Sie heute Geburtstag haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie, wie Sie sind. Lieber Peter, ich wünsche dir alles, alles, alles unendlich Gute zu deinem Geburtstag. Ich wünsche dir viel Gesundheit und mach weiter so, wie du bisher bist. Bleib weiter so. Veränder dich nicht. Lass dich nicht verändern. Alles, alles Gute. Ich glaube, zum 70. war dieser Tusch ein bisschen wenig. Das geht besser. Ich glaube, zum 70. war dieser Tusch ein bisschen. Ich glaube, zum 70. war dieser Tusch ein bisschen. Ich glaube, es war dieser Tusch ein bisschen. Ich glaube, es war dieser Tusch ein bisschen. Um, das war hier in shame. Ich glaube, es war dieser Tusch ein bisschen. Ich glaube, es war dieser Tusch. Öffentlich hat mich überdriven Situation den hoуска zu werden. Machen zum 18. war der Tusch ein bisschen. Applaus